So Leute, der Tag ist gekommen, in gerade einmal 9 Stunden wird es am Markt zu massiver Volatilität kommen und ich werde euch gleich auch exakt erklären, was ich heute vor dem FOMC-Meeting machen werde. Ich werde euch zeigen, worauf ihr momentan achten müsst, genauso wie auf das, was die Wale momentan machen, denn ratet mal Leute, genau, auch die Wale bereiten sich momentan auf die Volatilität vor, deshalb bleibt auf alle Fälle dran und schaut euch das Video vom Anfang bis zum Ende an. Und damit willkommen zurück meine Freunde, mein Name ist David und ich bringe euch jeden Tag Krypto-Videos und zeige euch, wie man hier Geld machen kann. Falls ihr neu auf dem Kanal seid, dann abonniert den Kanal und vor allem aktiviert auch die Glocke und dann würde ich sagen, willkommen zurück Freunde, ich hoffe ihr habt gut geschlafen und was man hier für Bitcoin sehen kann, ist, dass nachdem wir eine Rejection bei meiner orangenen Box gehabt haben, da sind wir nach unten gegangen, haben Unterstützung bei meiner orangenen Linie gefunden und schweben jetzt ziemlich genau bei diesem Level. Wenn wir mal ein bisschen rauszoomen und wir wissen ja, in gerade einmal 9 Stunden wird es dieses Ereignis geben, was zu massiver Volatilität für Bitcoin führen wird und wir wissen auch, dass wir momentan ziemlich genau unter dem Widerstand bei 19.500 liegen. Wir haben eine große Unterstützung bei 18.000 und vor allem bei 16.500 Dollar. Sollte der Markt also negativ im Laufe des Tages auf das Ereignis reagieren, wie tief könnten wir denn dann überhaupt fallen? Naja, ich persönlich und im Grunde genommen kann natürlich alles passieren. Ich glaube allerdings nicht, dass wir wirklich viel tiefer als 18.000 oder halt eben die 16.500 Dollar fallen werden. Das sind beides massive Unterstützungslevel für Bitcoin und genau das ist auch der Grund, warum ich diese Longposition bei Bitcoin einmal bei 16.650 und auch bei 18.100 Dollar aufgebaut habe. Sollte der Markt also schlecht auf das FOMC Meeting und deren Ankündigung reagieren, dann wird es natürlich zu einem Drop bei Bitcoin kommen und ich werde hoffentlich zumindest in der Lage dazu sein, zumindest mal diese Position über diesem Unterstützungslevel zu füllen. Wie ich auch gesagt habe, ich erwarte einen ziemlich anständigen Bounce, selbst sollte es zu einem großen Drop kommen, erwarte ich einen anständigen Bounce von diesem Level hier. Trotzdem, Leute, seid auf jeden Fall vorsichtig. Das sind Aufträge, die ich erteile, weil ich eben mit einem großen Bounce rechne, aber wir sehen einfach massive Volatilität zum Meeting und während des Meetings. Macht euch, wie gesagt, darauf gefasst. Dann ein weiteres Unterstützungslevel, das man sich einmal ansehen sollte, ist dieses massive, also auf dem Daily Chart, da haben wir diese massive abwärtsgerichtete Trendlinie. Das war vorher Widerstand und auch Unterstützung. Was man jetzt auf jeden Fall sehen kann, ist, dass wir ziemlich genau über der Linie sind. Wir könnten also, sagen wir mal so, zu 18.600 Dollar nach unten gehen und dann wäre das die Unterstützung für Bitcoin auf dem Daily Chart. Ich wollte euch einfach mal ein kurzes Update darüber geben, was ich heute machen werde. Und denkt auch daran, die FED, die müsste eigentlich ihre Balance Sheet schrumpfen. Sie sollten eigentlich ihre massiven Assets, die sie in ihrer Bilanz haben, die sollten sie abwickeln. Das ist zumindest die Projektion. Okay, sie haben allerdings auch schon früher viele Projektionen gehabt. Da habe ich gestern im Video drüber gesprochen. Falls ihr das nicht gesehen habt, macht das auf jeden Fall. Aber long story short, wir wissen mit Sicherheit, dass jedes Mal, wenn sie gesagt haben, dass sie diese Position abbauen werden, dass sie das am Ende wieder rückgängig gemacht haben und die Balance Sheet einfach weiter angestiegen ist. Wird es diesmal vielleicht anders sein? Ja, könnte mit Sicherheit anders sein, weil wir vorher natürlich nie diese Art von Inflation gehabt haben. Die Inflation war niemals so hoch, wenn sie angekündigt haben, dass sie ihre Bilanz schrumpfen möchten. Könnte es also diesmal anders sein? Selbstverständlich. Im Grunde genommen ist jede Situation hier irgendwo anders gewesen. Trotzdem, heißt das, dass sie diesmal tatsächlich ihre Bilanz schrumpfen werden? Man kann da auf jeden Fall seine Zweifel haben. Vielleicht werden sie einfach nicht in der Lage dazu sein, das Ganze durchzuziehen, ohne dass der Markt komplett zerstört wird. Was sie natürlich auch nicht möchten. Sie möchten nicht, dass der Markt komplett zerstört wird. Sie wollen den Markt nur, ja, gerade so weit zu zerstören, dass die Inflation zurückgeht. Werden die Zinssätze dafür ausreichen, wenn sie das um 75 Basispunkt anheben werden? Was zumindest angenommen wird. 84% glauben, dass es um 75 Basispunkte angehoben wird. 16% glauben, dass sie das Ganze um 1% anheben werden. Sollte es um 1% angehoben werden, wird der Markt natürlich ziemlich schlecht darauf reagieren. 75 Basispunkte könnte rein theoretisch zu einem kleinen Pump für Bitcoin führen. Trotzdem, ich meine, wir sollten auf jeden Fall kurzfristig ziemlich vorsichtig sein. Ich glaube, es wird zu ziemlich hoher Volatilität kommen. Mittel- bis langfristig glaube ich allerdings immer noch, dass wir, ja, weiter nach oben steigen werden. Aber wie gesagt, mittel- bis langfristig, das könnte 6 bis 12 Monate bedeuten. In der Zwischenzeit nutzen wir diese Swings. Selbstverständlich habe ich meine Orders auf OKEx. Falls ihr diese Volatilität nutzen möchtet, könnt ihr euch auch auf OKEx melden, wenn ihr meinen Link benutzt. Dann könnt ihr auch bis zu 10.000 Dollar ein Trading-Bony bekommen. Ich werde das Ganze auf jeden Fall weiter beobachten. Ich werde euch natürlich darüber auf dem Laufenden halten. Deswegen abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Denn falls ihr das noch nicht gemacht habt, holt das nach, dann habe ich vielleicht sogar später noch eine kleine Überraschung für euch. Dann, zu guter Letzt, lasst uns jetzt noch einmal einen Blick darauf werfen, was der größte Bitcoin-Wahl kurz vorm FOMC-Meeting macht. Und wie man sehen kann, er hat wieder wahnsinnige Mengen an Bitcoin gekauft. Hat weitere 1.000 Bitcoins zu seiner Wallet hinzugefügt, vor gerade einmal 2 Tagen. Er geht also hier möglicherweise eine kleine Long ein, weil er antizipiert, dass es während des FOMC-Meetings zu einem Pump kommen wird. Lasst mich mal im Kommentarbereich wissen, was ihr davon haltet. Und im Grunde genommen war es das dann auch schon für dieses Video. Wie immer, falls euch das Ganze gefallen hat, lasst ein Like und ein Kommentar da. Teilt das Video mit euren Freunden. Und ihr könnt auch gerne unseren Telegram-Channel beitreten. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Einschalten. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. kin-Pierre, der